So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Nico Morici und ich begrüße euch bei einem neuen Video. Ich habe ein Video eingeschickt bekommen in den letzten Kommentaren. Von Tobson heißt er, ein YouTube-Abonnent. Und er hat mir dieses Video verlinkt und sollte darauf reagieren. Und er hat mich gefragt, wie ich das finde. Und er hat gesagt, ich mache ein Reaktion-Video jetzt darauf. Und weil ich das eigentlich auch so cool finde, so Videos auf Reaktion... Videos darauf reagieren. Deswegen, ich feiere eigentlich so Videos, wenn ich so manche Amas-Videos zusammenklippe, finde ich eigentlich ganz nice. Also wenn du, du gerade vom Monitor meinst, du hast wirklich die geilsten Kills gemacht gerade oder so. Und du meinst, du schneidest das zusammen mit Musik und sowas, dann schick mir das unter Ihnen einen Kommentar. Oder schreib mir eine E-Mail oder weise mich irgendwie darauf hin, dass es dieses Video gibt. Und ich werde es mir angucken und werde dazu gleichzeitig ein Video machen. Würde mich auf jeden Fall freuen, dass solche Leute Gips hier vielleicht das machen. Ich schaue mir das eigentlich ultra gerne an. Und ja, dann starten wir mal mit dem Video und dann mal schauen. Bombenpland? Ja. 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 Ja, das ist richtig nice. Aber der ist noch richtig krasser. Ja, nice. Und ganz viele Nose Scopes, ne? Der war auch nice. Geil. Ja. Gut. Geil. Jetzt müssen wir sie mal angucken. Warte. Leste, wie der geflogen ist. Das ist etwa einer, der gerne die Ansicht ist auch richtig geil. Yo. Der Scout. Das ist so random oder was, ob gewollt war. Zweite Frage. Ich. 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 richtig richtig geiles video ich finde es die musik passt dazu und keine ahnung dann noch später mit den springen richtung auf short eigentlich das war ich mache schon mal schocker sehr das ist ja eigentlich kann ich aber auf jeden fall das ist so richtig nice also nicht besser sagen 53 aufrufe der man leichter tut übrigens schon schreibt man nice nice schreiber hier zack kommentieren wir so und ja das war es schon eigentlich nur also ich wünsche euch noch einen schönen tag vergesst nicht schickt mir videos und ich komme oder ich reagiere auf diese videos macht richtig bock zu gucken gucken was video nachher wieder an und noch mal abend noch mal so geil so ne okay dann wünsche ich euch noch einen schönen tag abend heute rein